herrscht meine lieben leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge auf diesem kanal heute spielen wir wieder eine folge clash of clans und da machen wir ganz einfach mal eine sage ich kann ich euch sagen hier sind katina im klaren war haben noch einem kampf hier 26 stellen haben wir schon das heißt der klaren kraft dieser klaren hier habe ich auf level 11 80 prozent geholt auf jeden fall haben wir hier gewonnen wenn ihr wenn leute von euch in meinen klaren kommen wollen können sehr sehr gerne hier in meinen klaren rein scheinen ist das würde mich auf jeden fall sehr sehr freuen die hinterher bei votix weiß nicht doch eigentlich klaren channel den freundlichen zu enden an youtube channel für jeden fall hier ist mein hauptaccount hier pau und wenn auf jeden fall wollte sich auf hier mehr stanz bringen lassen daumen nach oben da jetzt kommt echt zu der sache ich habe hier schon mal gepusht auf level 1 das 8 account dafür übrigens ganz ausgemerkt ist ich kann außerdem labor nichts mehr machen den helden kann ich doch machen versuche auf jeden fall road to champ mit ratus level 8 das ist eine art umfrage video und ich will euch fragen ob ihr das wollt dass ich so eine art serie starte ich will jeden fall hier ist eine frage machen wollt ihr dass ich mit meinen rat das acht account eine serie charte road to champ würde mich auf jeden fall sehr sehr freuen und ich würde sagen das war dann einfach nur eine art kurzes umfrage video auf jeden fall wenn ihr meine klaren kommen wollt würde mich auf jeden fall sehr sehr freuen so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020